Willkommen zurück zu der Flight Deck, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel, wir spielen Star Marine im Patch 2.6.1, was jetzt was ganz besonderes ist, weil wir haben nämlich lokale Server, einen EU-Server, der die Pings wahnsinnig reduziert hat, und das Spiel ist jetzt vier toller als vorher. Oh Gott, die Leichenberge, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Granate, Vorsicht, ah, wieso schmeißt du Granaten? Ich schmeiße keine Granaten, die Gegner schmeißen Granaten. Es gibt Gegner? Ah, ich renne weg, Granatenwarnung, lebt ihr noch? Ich lebe noch, da schießt ihr oben, 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 oben. Scheiße, ich treff doch nicht in diesem Spiel. Ich weiß, ich bleib hinten, ich warte auf euch. Fuck, der springt hier runter, der springt runter. Muss ich kurz heilen? Du wirst dir das, wie ich dir da mal zufüge, wie du schreit und schießt. Wie ein kleines Mädchen. Meine beiden Medikets sind alle... Da ist er wieder! Fuck! Ich bin tot. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Es ist nicht mein... Wieso hat er jetzt? Aber jetzt ist es gewinnen ja die Guten, ne? Naja. Okay. Ich hab mich verarztet. Im weitesten Sinne so, Han Polo. Der ist down. Ich bin bei Alpha jetzt. Ja, ich bin auch bei Alpha. Ich häckel. Ich bin in der Safe Zone. Ja, jib jass, Alter, ich brauch Rückendeckung. Der Konzertmeister, der schießt hier schon wieder auf Leute. Ich kann meine Waffe nicht ziehen. Die zweite Waffe nicht. So, ah, sie captured. Dankeschön, sehr gut. Ich hab nur noch eine Handfeuerwaffe. Ist das normal? Dann jetzt Beta oder Watt? Ja, Beta. Na super, ich hab nur die Knarre in der Hand. Ich hab nichts mehr. Ja, scheiß NATO-Alphabet, ey. Vorsicht, Beschuss. Von links. Achso, wer war das denn? Das war einer von... Ach nee, scheiß, das ist ja Marine. Ah, kacke. Ich komm mit den Kakusso grad durcheinander. Eben nur Ausbildung, jetzt halt das nun wieder. Ja, hab ich. Hab ich, hab ihn erwischt. Shit, ich werd erschossen! Ich werd erschossen, tot! Nein, ich kann das nicht. Ja, da ist jemand bei Bravo. Kann ich jetzt nur bestätigen. Ich hab genau genommen. Ja. Boah, hab ich echt kaputtgesetzt, dass ich die Marine-Rüstung gesehen habe. Wie peinlich. Ja, weil wir eben noch in der Marine-Ausbildung bei uns waren. Ich versuche, Bravo zu hacken. Ist aber ärgerlich, jetzt hab ich gar keine Handfeuerwaffe mehr. Oh je, das muss nur was ich hier machen müssen. Meine Herren, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Wir sind eigentlich in der Überzahl, Leute. Ja, aber ich hab keine Waffen. Also... Ja, nur leider halb oben total unfähig. Gibt's dringend eine Waffe? Nö, ich kann keine Waffe ziehen. Nix. Ja, stimmt, ich seh's. Du hast irgendwie keine Waffe dabei. Außer die Handfeuerwaffe. Eigentlich müssten da noch welche liegen irgendwo. Leider nicht. Oh, scheiße. Unter der Hand schmeißen es halt immer ich. Also, das gibt's doch nicht. Der Konzertmeister, natürlich. Aber natürlich. Konzertmeister. Sag mal, wieso rennt denn hier einer ohne Knarre in der Hand? Das bist du, Wissi, oder? Ich habe keine Waffe. Doch, drück zwei oder drei, dann hast du auch eine Waffe. Nee, kommt nichts. Oder drück lange R. Versuch's mal damit. Der steht hier rum und guckt. Eine Granate. Ich hab eine Granate, hab ich. Oh Gott, ey, das sind Zustände hier. Bisschen wie die Russen Stalingrad, um es jetzt mal böse zu sagen. So, ich hab keine Waffe hier. Geh in den Krieg, bitteschön. Ja, das war natürlich jetzt total erfolgreich ohne Waffe. Ja, das war nix. Das machen wir gleich nochmal. Das machen wir nix nochmal. Eieieieiei. Ich hab mal... Oh nein, ich hab immer noch keine Waffe. Ich hab hier ein permanentes Geballer auf dem Ohr. Das ist natürlich blöd, der Bug. Den mag ich jetzt gar nicht so. Ja, das ist natürlich übel. Und Waffen gibt's hier auch nicht. Was, da müssen doch mal welche rumliegen eigentlich. Warte mal, ich schau mal unten. Munition gibt's hier ohne Ende. Boah, endlich Ruhe. Lassen denn tote Waffen fallen? Oder auch nicht? Ja, meistens ja. Die kannst du auch noch raiden irgendwie. Was? Wo kommt der denn schon her? Das gibt's doch gar nicht. Nee, hier stimmt... Ja, du, der Konzertmeister ist bei Delta. Ah, shit, ja, ich seh's. Komm zurück. Ja, Jungs, ich kann nicht helfen, weil ohne Waffe ist schlecht kämpfen. Ja, das ist jetzt irgendwie total bescheuert. Ja, okay, ich mach's mit Granaten. Du musst doch irgendwie ne Waffe ziehen können. Nein, gibt nicht. Ich hab keine Waffen mehr, hab ich verloren. Ja, der hat die Waffe tatsächlich nicht in der Hand. Warum auch immer. Ja, hier raus, hier wieder rin. Mag mir jemand ne Waffe geben? Ich würde dir gerne eine geben, wenn ich dir eine geben könnte. Dann lass mich hacken. Lass mich hacken. Dann kann ich wenigstens eine sinnvolle Tat machen. What? Wie kann der mich dann von hinten her... Hab ich. Wo war denn der? Ich brauche allerdings gleich ein Medipity. Ich habe nur noch eins. Ich habe beide verbraucht jetzt, aber geht. Ja, sehr schön. Sehr gut. Komm mir hinterher, Weizen. Du hast auch keine Handfeuerwaffe, ja? Nein. Gar nichts. Allgewehr, shit. Allgewehr, kipps mir. Ja. Ja. Wie in Stalingrad. Okay, komm, wir gehen weiter. Richtung Bravo. Und hops. Hast du dir ein Medikit genommen? Ah, nee, das ist eine gute Idee. Danke schön. Danke, dass du mich erinnert hast. Bitte schön, siehst du? Selbst ohne Waffe bin ich nützlich. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja, perfekt. Danke. Wir sind Richtung Bravo. Bin durch Shot. Also durch die Schranke. Ja, rechts rum. Ist immer safer als links. Ich bin direkt halt links von euch. Geh ans Terminal. Weg. Äh. Hacke, Hacke. Sie sollten über uns von links kommen, ne? Laut Radar. Einer ist doch hier im EBA-Schubi. Er kommt von hinten rein. Jo. Woher siehst du das denn? Der ist über uns auf der Plattform. Jetzt ist er vor uns direkt an... Was heißt gerade hinter uns? Er feuert. Ich hab gerade zwei Schüsse kassiert und ne Granate. Ja, shit. Warn die... Ja, die... Jetzt hat er mich mit der Pistole. Das ist ja peinlich. Wo ist er denn gewesen? Äh, der hat an dem Container... Ha, ich hab ihn. Ich hab... Oh, fuck, noch einer. Fuck, fuck, fuck. Ich muss mich heilen, Dozer. Da kommt noch einer auf der linken Seite. Von links, andere Seite. Hinter dir. Jetzt hat er mich erschossen, Dozer. Ja, ich hab da oben auch noch einen stehen gerade. Tut mir leid. Oh, der hat jetzt mit seiner Granate hier. Mach das Mad-Kit drin. Scheiße. Nicht Respawner. Ich rede von mir, Mann. Oh nein, jetzt hab ich wieder keine Waffe mehr. Jetzt hab ich auch keine Waffe. Das ist ja geil. Jetzt hab ich die Handvollerwaffe. Oh, shit, ey. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Medi... Wieso so? Nee. Was gibt's denn hier einfach keine Waffe? Wieso hat der... Das gibt's doch nicht. Hier liegt meine Knarre rum. Der hat die Knarre weggeschmissen. Ja, Depp. Beim Sterben. Ja, nein, ich meine... Medi-Kit hat irgendwie Waffe fallen lassen. Da liegt meine Knarre auf dem Flur. Okay, Sawyer. Der Job ist klar. Waffe besorgen, ne? Ja, ich hab jetzt auch gerade nur die Pistole. Ich hab gar keine. Stell dich nicht so an. Du hast auch ein Blick nach Chari. Damit, ich bin jetzt... Ja, sehr witzig. Und them have it. Ohne Waffe. Ja. Soll ich den anhusten, oder was? Ich beschmeiße sie mit meinem Lippenglas. Du musst ihn niederreißen. Dosa, ich bin bei dir. Mit deinem 200 Kilo Kampfgewicht. Ey, Dosa. So, ey. So, ey, wir haben alle Control Points. Wir haben alle Control Points. Wo sind... Was ist jetzt hier auf einmal los? Lass mich raten, die haben auch alle keine Waffen. Die trauen sich nicht raus. Die verstecken sich. Na, da geht der Nachkampf einfach ohne Waffen nicht mehr, ne? Wir haben zwei Gegner nur, ne? Eigentlich, also... Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Also, ich meine, wie soll ich denn jetzt hier irgendwas cappen, wenn die nicht zurückcappen? Ähm, also... Naja, dann... Ich suche ne Waffe. Wer jemand ne Waffe sieht, ne? Äh... Ja, halt dich an uns. Na, geil. Ich kann nicht mal durch dieses scheiß Fenster. Ach doch, man kann's auch einspringen. Das geht. Sehr gut. Ah, ich werde erschossen. Nein, nicht schon wieder. Äh, das war auf dem... Ich weiß nicht. Äh, ich glaube neben B da oben. Im EVA im Hof. Ja, ich hab ihn erwischt. Danke. Hat er ne Waffe fallen lassen? Ja, hat er. Hier treibt halt irgendwie so... So ein MG durch die Gegend. Oder, Weizen, du hast gar keine, ne? Nö, ich hab gar keine. Granaten hab ich, glaube ich, noch. So, irgendwer hat ihn jetzt hier gerade mit der Granate... Gefrackt? Ja, auf die Eier. Okay, ich bin, ich bin bei... Ich bin bei Bravo. Ich bin neben dir. Das ist ja meine Freude. Es ist Quatsch alleine, ey. Jetzt sind die ja alle abgehauen. Was ist denn jetzt los? Oh, come on, guys. Ehrlich jetzt? Ja, das ist, weil... Das Spiel so verpackt ist wahrscheinlich. Also gerade... Das ist überhaupt nicht verpackt. Das ist super. Kann mir jemand ne Waffe geben? Wir haben großen Spaß. Wir haben einen permanent kreischenden Weizen, der mit W und A durch die Gegend rennt. Zäh, zäh, zäh. Stimmt, C wird gecappt. Ähm... Ja, es ist eh vorbei. Jaaa... Oh, gewonnen! Wir haben gewonnen! Ey, es ist so geil, wie er da steht ohne Knarre hier. Oh, immer noch! Gleich stehe ich nur an der Boxershot-Star, weißt du? Äh, das... Das finde ich gar nicht witzig. Du hast doch immer gesagt, du bist halt so für einen PvP-Nahkampf nicht so richtig geeignet. Also... Ja, mach's beste draus. Mach's beste draus. Ich geh zu Charlie. Ja, ich bin mein Bravo. So, ja, mein Job ist, wenn du erschossen wirst, mir deine Waffe zu schnappen und dann den Gegner zu erschießen. Das funktioniert. Das ist tatsächlich nicht irgendwie ne sehr... ne sehr... ne sehr altertümliche Kampf-Taktik, aber... Ja, Entschuldigung, mach du mal. Mach du mal. Was war das denn jetzt? Wie hat der denn jetzt abgebrochen? Ja, weil er... Ich hab keine Waffe, er hat die Waffe, wenn er hackt, wir beide matchen. Jetzt ist das mögliche... Ja, da sollen wir... Ach, dem Weasen kann's kein Ex-Twin-Ufo machen. Ja, der ist halt einfach nicht umsonst der Chef-Strategie hier bei uns im Team. Ja, warte. Hier gibt's ne Katzenklappe. So, ja, hier gibt's ne Katzenklappe. Hinter dem Deskarttisch. Ne Katzenklappe stimmt. Hier gibt's wirklich ne Katzenklappe. Ist ja abgefahren. Die hab ich auch noch nie gesehen. So, Delta, Captain. So, Delta? Wo ist denn Delta? Kappe Delta. Wir gehen jetzt nach Alpha? Ja, wir gehen nach Alpha jetzt. Also, wenn hier... Wir sind hier anscheinend irgendwie... Los auf, wenn euch dieser Squatch begegnet. Das ist der Einzige, oder? Ja, das ist der Einzige. Der ist immer noch alleine, oder? Ja. Ja, der ist die Waffe der Waffe. Ja, dann weiß der doch nicht, dass du keiner hast. Ui, sie sind an die... Ich bin das! Ich bin das! Du hast die Knarre unten. Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Einen Job kann ich. Ich bin der Informatiker im Team, weißt du? Ich hab mal so'n Laptop dabei. Ja, während ihr eben Waffen rumlaufen dürft. Die schnalzt immer mit so'ner Gummispange, um auf den Lappen zu kommen, ne? Genau. Gewinnen. Gewinnen, Dozer. Oho, gewinnen. Das kann ich gut. Ja, wir sind auch alleine jetzt. Ehrlich gesagt. Ja, wir sind alleine. Ja, das fand er jetzt auch nicht mehr geil. So eins gegen drei fand er blöd. Na Gott, dann lass uns den Gegner kunden. Ja, stimmt. Lass mal an der Base campen. Immer an einer rauskommt, wird er sofort erschossen. Habt ihr's denn einmal komplett gezeigt, die Anlage? Wir können die vier Minuten noch benutzen. Mal so'n Rundflug machen. Uuuuh. Ey, wo ist das? Ich muss jetzt mal nach da sein, hier. So, ich flieg jetzt hier Richtung Mond. Sorry, welcher Mond ist das denn? Das weiß ich doch bestimmt. Wir wollten uns doch die Anlage zeigen. Was soll denn dieser Scheiß jetzt hier? Na, ich flieg jetzt mal raus. Zeig's mal von außen, die ganze Anlage. Geht der Boost auch rückwärts? Er geht auch rückwärts. Ich bin fasziniert. Der geht auch rückwärts, das stimmt. Na, es ist also halt hier, äh, ich mache die Scheiben kaputt. Sehr kleine Station. Was sie für Zweck hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bergbau wahrscheinlich. Naja, ohne Berg, aber gut. Ne, der Mond da, Mann, da meint man halt. Hier, ach, ein Kretin. Ja. Kretin. Du Kretin. Du Crouton. So, ja, ich bin jetzt hier auf der Landepattform, bam, auf die Fresse geflogen. Schön. Man, ich wollte hier noch irgendwas erklären, ja? Schön mit der Fresse gebremst. Ja, wo seid ihr denn schon wieder? Hinter dir, Weasen. Achso, wir gehen jetzt hier rein. Alles auf Video, wie du hingefallen bist. Du kannst dir sicher sein. So, wir gehen jetzt hier oben durchs Gate. Ja, welcome to Demian Station. Sehr schön, man sieht hier, dass... Demian, war Demian nicht der Name halt so von diesem kleinen Kind in Omen, was besessen war? Was der Teufel war oder so? Ja, aber die, 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 die Developer verstehen immer darauf, dass man Demian sagt, weil es nicht Demian ist, sondern Demian. So, wem folge ich jetzt? Jetzt noch habt ihr schon getrennt. Ja, dann schreiben sie dann Demian falsch. Sag mal, gibt es hier eigentlich irgendwelche Räume, die einen Zweck erfüllen? Sieht man nicht so richtig, ne? Keine Werkstatt, keine Betten, keine Messe. Ist eigentlich ein bisschen schade, ne? Dass man hier nicht so zwischen Geschirr und irgendwelchen Tabletten noch so kämpft, die wie wir eher dann vorbeitreiben oder sowas. Ja, wir haben gewonnen, glaube ich. Müsst du jetzt ein drittes Mal nochmal? Ja, klar. Ja, ich würde sagen, wir machen wir hier... Ich bin gespannt, was jetzt passiert, weil ich meine eigentlich halt... Ja, Round 4. Ja, da haben wir nochmal sieben Minuten Zeit, die Karte ausführlich zu zeigen. Also das hier ist halt so die Base. Hier steht Munition rum. Die kann man sich nehmen. Also sag mal, Leute, das ist doch jetzt wohl albern. Was ist denn jetzt hier los? Wieso? Ich habe mir gerade eine Granate geschnappt, aber ich kriege trotzdem keine Schusswaffe. Hier lagen doch früher immer Schusswaffen. Ja, hier lagen eigentlich Schusswaffen, ja. Ja, die gibt es jetzt halt eben nicht mehr. Hm. Ist aber blöde. Eigentlich gibt es die schon, aber die gibt es jetzt gerade nicht. Also was auch immer das für ein Bug ist. Aber sag mal, Damien, das wäre doch mit Doppel-M oder nicht? Oder ist das amerikanisch-englisch? So, wir machen jetzt mal einen Granaten-Wurf-Test, Leute. Kommt mal hier raus, aufs Oberdeck, ne? Da können wir ja mal zeigen, dass... Oh ja, bitte. Ich möchte sehr gerne mit Wiesen einen Granaten-Wurf-Test durchführen. Ich kann mir nicht schütteln. Na, ich wäre... Oh, bla! So, jetzt hat er sie von oben geworfen, über die Hand geworfen und... Bats! Und jetzt nochmal hier... Unter der Hand. Ich hab noch eine. Gut, mach das. Ja, du, unser Kapsch hat wir dessen. Oh, oh! Ah! War die von unten, ja, ne? Ja, die war von unten, aber das meinte ich vorhin, wenn du die kochen lässt auch noch und dann nach unten wirfst, dann bist du eigentlich in der Regel selber tot. Wieso hab ich denn nur eine Granate? Ja, ich hab auch nur eine Granate. Wie die im Anzug? Eigentlich müssen es zwei sein, ne? Gehen wir nochmal runter, hol nochmal welche. Ja, ich hab auch noch eine, die hier klemmt sogar noch eine am Anzug dran. Ja, aber... Schiss. Das ist Schiss. Nee, die traf da. Nee, warte mal, jetzt hast du noch eine Ladehemmung mit Granaten. Keine Knarre, Granaten funktionieren. Ich sag mal, wozu bist du jetzt eigentlich genau gut? Weil das Capture mach ich ja gerade. Also, Sire, komm, wir machen nochmal ein kleines Spiel. Wir können auch, wir können auch, äh, wie heißt das Spiel, wenn man so quasi auf da dazu fährt und wer als erstes zuckt? Ja, so Chicken? Chicken, wir machen das so, wer wirft die Granate, wir lassen die in der Hand kochen und wer die als erstes wirft, hat verloren. Ja, ja genau. Jetzt schafft es doch unsere Score so weit runter zu ziehen, dass wir am Ende doch noch verlieren, weißt du? Warte, Sekunde, Sekunde, ich muss irgendwie, ich hatte hier gerade, ich krieg hier keine Granaten. Mann, gib mir... Granate Chicken! Ja, der Button ist weiter vor der Kiste als eher auf der Kiste. Ah, ja, ich seh es jetzt. Jetzt hab ich wieder welche, so. Okay, ich komm jetzt da hoch. Ja, Granate Chicken, oder wie, ich weiß ja nicht, was sie denn wollen. Genau. So, also wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Naja, wir lassen die Granate in der Hand kochen und, äh, äh, wer als erstes wirft, hat verloren. Ach du Scheiße. Also, jetzt halt, falls ich da an einer nervösen Zunge halt rühre, Gerüchte zu streuen, das sieht ja nicht immer so verweiß aus. Ja, also ich schwöre, ihr waren eben noch Leute. Also, okay. Drei, zwei, eins, zieh! Äh, 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 weg damit. Ich war, ich war, ich hab länger ausgehalten. Es wird dann so zum Sport bei den Marines, ne? So. Komm, wir probieren es jetzt nochmal. So, andere Seite. Seitenwechsel. Aber hab ich da noch eine? Äh, 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 jetzt zeigt er mir zwei noch an. Okay, gut, versuchen wir nochmal. Gut. Und zieh! Oh, Mann! Oh, fuck! Seul ist weg! Ich hab mich gesprengt! Das sah so fies aus! Ich hab mich gesprengt. Okay, so geht das also. Du hörst so einen leichten Timer, ne? Ja, oder Timer, ja. Und dann war es vorbei. Ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel, finde ich. Ja, für die Leute, die ein russisches Roulette zu langsam ist, ja, die können auch mal das ausprobieren. Wo seid ihr überhaupt, ja? Wir sind da, wenn du, wenn du bei der Base rausgehst, die Treppe hoch, quasi, links. Die Treppe hoch, da sind wir, da oben. Da ist so eine große Freifläche. Aber auf dem Flur habt ihr es gespielt. Ich dachte, ihr habt auf der Plattform gespielt. Nee, auf der Plattform. Nee, auf der Plattform, draußen. Auf dem Ausleger zum Planeten hin. Äh, sag mal. Achso, zum Planeten hin. So, ja, kannst du mir mal erklären, kann man nicht rutschen auch schon, oder geht das noch nicht? Äh, rutschen? Achso, Robstar. Nee, sliden kannst du noch nicht, tatsächlich. Okay. Also sliden geht noch nicht. Das Einzige, was halt sehr geil ist, wenn du, wenn du dich auf den Rücken drehst, halt, und dann Q oder E drückst. Ja, das ist halt ziemlich cool. Ja, aber du kannst dich irgendwie auch auf der Stelle auch drehen, komischerweise. Du drehst dich wie so ein Propeller manchmal zwischendurch, seltsamerweise. Jetzt nicht. Jetzt hat's, naja. Hä? Sieht ein bisschen, noch ein bisschen unnatürlich aus, muss ich sagen. Aber das sieht geil aus. Granate! Granate, Sawyer! Was? Ja, nicht? Nein. Ihr seid ja witzig, ich hab nichts. Granate, Sawyer! Granate! Ja, du kannst mich jetzt, du kannst mich nicht töten. Nee, ich weiß, ich übe einfach nur halt sidesteppen und halt irgendwie trotzdem headshotten. Das ist ja... Jetzt läuft der ja mit, jetzt ist ja blöd. Achso, ja, sorry. So, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen! Wann? 4 zu 0, oder? Nee, 1 zu 1. Ach, scheiße. Wow, aber ich hab ganz gut Punkte gesammelt. Ja, dann machen wir mal eine Abmoderation. Ja. Ja, genau. Ja, schön, dass ihr beide dabei gewesen seid. Das war Bullshit in Star Marine vom Allerfeinsten oder Any Got No Gun, wie man das auch nennen könnte. Auf jeden Fall, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr noch mehr Quatsch bei Star Citizen sehen wollt, dann könnt ihr natürlich dranbleiben. Wir werden jetzt nochmal versuchen, eine ordentliche Runde hinzukriegen, aber ansonsten liked oder disliked diese Episode, schreibt uns lustige Kommentare, was ihr so für Quatsch erlebt habt, hier im Verse bei Star Marine oder im Arena Commander. Ansonsten unterstützt ihr uns gerne über Patreon, wenn ihr das gerne möchtet, und liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie ihr sie fandet. In diesem Sinne, lasst uns das zu dritt versuchen. Drei, zwei, eins und... See you on the flight deck! Fast.